Kann schon gehen oder? Ja, ok. Wahnsinn! 20 Uhr Aktion, 3 Klang Cracker Gold, Fire Extender nuns Eigenreihe. Und jetzt die Raketenorgel. Geh mal weg, aber ich mach dich mal schön. Ach, bei der musst du aufpassen. Die dann als letztes ist, ok? Ok. Alter, komm auf die Weg, wir sind weg. Oh ja, das sind noch 4 Jahre, ich hab 4 Stück an Bordel geraucht. 2 Mal überstammert. Da sind keine Geister mehr, glaube ich. Wie leidet die andere? Goldregen mit Silberspitzen. Geil. Komm richtig geil, oder? Mach mal eine Patasin von dir. Geil für die hier. Was? Mach mal die, die ist auch gut. Outlow. Schau mal. Ersatzanziehung. Du musst halt oben das Ding runterreißen. Wieso? Ich bin nicht frech. Ich bin nicht frech. Niko, Outlow. Ich bin nicht frech. Niko, Outlow. Ich bin nicht frech. Wieso kommt nicht mehr? Ich bin nicht frech. Ich bin nicht frech. Aber die ist auch fett, weil ich frage mich, wie die so gut sein kann. Smarties, Fontaine von Ruder, Feuerwerk. Egal. Wer kommt? Was kommt von? Wer kommt? Ich frage mal, da kommt noch was, mache ich gleich. Oh, was ist das? Fontaine? Ja. Die Farben sind so präftig. Ich klingel jetzt mal bei uns im Nachtverwissen. Und frage mal, ob die Nachtverwissen ist. Aber wie hat dieser gleich abgeht? Das ist schön gechillt, gell? Das ist so laut, oder? Die Farben sind richtig kräftig. Die sind sehr, sehr schön. Genau. Die sind schon nicht offen. Und dann die zweiten. Senkrecht. Erstmal wieder zu zweck. Ja. Ja. Vielleicht guck ich wechsel. Da haben wir nochmal vier. Da haben wir aber schon vier drin. Der passt. Vorsicht mit dem Ohr. Ist der noch fest. Oh, der ist ja locker. Der wird fester machen. Pass auf, das ist wirklich laut. Die sind doch mega geil, oder? Ich finde den mega geil. 200 Gramm. Ja. Sinkbombenrakete. 909 Blinker. Funke, Brokatbund. 100 Gramm. Flöten. Das ist wirklich noch mal. Funke. Sink. Trimolant Grün Steht der im Rauch, oder? Ja, bestimmt Oh, da kann man gar nicht rein gucken Boah, Alter Das blende sich heute Ich glaube, das ist nur am Anfang Vorsicht, epileptische Anfälle Das ist heftig Das ist heftig Schauen wir mal Schauen wir mal Boah, Quack Ja, kann ich auch gleich sagen Jetzt können wir wieder gucken Ist meine Lampe an? Ja Dann haben wir wieder aus Ja, wenn jemand vorbei rennt, geht meine Lampe an Das ist ein bisschen dick, das ist der Osten Ja 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 Der wird schon noch höher jetzt Der wird schon noch höher jetzt Der wird schon noch 6 Meter wieder bekommen Ja 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 50 Meter, bitte Abstand Warte Warte Na Jahr Van Ja D Ja Oh! Ja, das ist eine Nummer größer als die anderen. Funke Brokatmix. Wow! Aber auch fett! Wow! Wow!